Prozent und nötig der Torwart zu so wie sie sind doppelt diese Doppelklinge nicht haben weg damit gut von Brunnen das Leben wird ausgestiegen denn langweilig und man der auch sterben lassen können und ehrlich so ein Kacker ey alles klar Alter wie haut der denn uns was hat er gerade so mega laut geschrien ich weiß es nicht meinst du es klingt ja doch irgendwie wie so ein Affe ich würd euch ja nicht wissen hier ist einfach so viel los ey der schimpft sich doch nicht mal den Weg wo wir hier lang fahren ey er hatte das einfach nur noch irgendeinen Abfuck da sind wir such einen alternativen Weg zur Hölle was aber wir dürfen da nicht rennen oder was das so mich doch nicht Alter ganz ehrlich hier hinten können wir glücklich lang get her to look als wenn uns das auffällt dass das ein heiliger Ort ist oh Früchte geil Früchte die bringen einfach gar nichts mehr hey ich will auch noch ein paar Früchte er ist mal alle weggeschnatzt so verputzt er da einfach alle ey oh hoppala scheint zu funktionieren wo wir hier lang gehen naja so vom hinten vom hintereingang aber auch überall da stehen auch überall jetzt ähm so ne Statuen rum ja so ne ähm des Glaubens wer zur Hölle bist du Alter das sieht aus wie ne Arena das ist ne fucking Arena das gefällt mir überhaupt nicht ich will ja nicht in den Kreis erst rennen bei dir scheiße scheiße gib Ketter da OP Siege OP ist stärkste Krieger im Kampf alter ach man ne echt jetzt alter äh ich hab kein bock hä wo kommt die denn jetzt her ach das ist so ne labriger Affe oder was war's das da kommt noch einer da wird aber nicht das Einzel sein genau ach halt die Klappe du Arsch du kannst sonst gar nix ähm ja äh ich weiß jetzt nicht wo sie alle herkommen ach du machst links ich mach hier oben du machst links ja ok who's next köln gar nix alter das war ja ernst alter wir schlachten die ganzen Einwohner von euch ab also kann man jetzt nicht unbedingt mal Einwohner nennen aber ne wow werf einfach einen Molotow ist ok haha gut oder gut oder ah ja nicht nicht angreifen oh kopffuß ab ha kopffuß ab gezielter schlag und alles ist gut ha 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 noch mal kopffuß ab aber die kommen jetzt irgendwie mehr raus ja oder müssen wir den noch schießen bei mir kommen irgendwie alle raus diesmal ist kein kopf abgefallen och nö oh nein noch eine seite nein scheiße was soll denn das jetzt kommt irgendwas anders jetzt kommt irgendwas krasses ja oh shit was bist du denn für ein Monster du kannst ja gar nix alter scheiß Krieger man Junge der Krieger ist ja fast tot meine da riesen dieser riesen 2m typ wieder hier ist ne fette schwarze ne fette schwarze alter ist mit dir nicht richtig siehste der Krieger ist tot siehste oh was hast du dir das jetzt gebracht wenn du hier uns töten lässt was ist mit dir alter du länge ne blutprobe zu doktor was du wichser du ups hab ich nicht gesagt ich würde dann schon gerne umklatschen ne go eigentlich aber meinst du das kann man machen ich weiß es nicht wir wollen ihn umbringen geht das geht das geht das für seine scheiße bitte für seine scheiße bitte für seine scheiße natürlich nicht wichser und du pisse alter du bist ja kacklos eigentlich müssen wir diesen auftrag jetzt ablehnen alter der gibt uns so 600 ep wo wir langsam mal gucken das war dachen nehmen die noch sinn machen ist doch scheiße ja besorgen fünf oleander da haben wir doch sicher nimm an ja sind die blumen die wir eingesammelt haben gesehen ich hab keine dank oleander groß in will dach alle umboxen hier wir den ganzen dreckigen weg zurück alter der ist tot das ging schnell ja wir nehmen mit alter was hier los ist wie viele das sind aaaah mach was boxt uns vor aller wie viele sind denn das naja juge übertreib halt weg hier muss ja weg also bergab bergab ging schneller irgendwie weiß gar nicht warum was du dir jetzt ja ich bin falsch ich weiß ja kein problem alle umbolzen ey die klappe ja wo kommt dieser fetzerkette war vorher noch nicht da was die hier aufgebaut haben ne der hammer oder was denn jetzt los ich dachte das war doch mal nur urlaubsinsel und dann haben sie hier so ein labor alter ja kann doch nicht wahr sein mensch wer weiß wie viele die schon verschleppt haben für so ne scheiße also von die urlauber jetzt weißt du wie ich mein ne wir müssen hier irgendwo rin müssen wir erstmal zu fuß latschen so zurück ins labor zur blutproben typifuzider ach der herr mark ist ja schon unterwegs ja natürlich der ist ja schon hier drin der junge naja sicher doch und ja läuft nicht würde ich sagen pausen türen ey ich fass es nicht alter aufstieg puh den schlitzer das will ich nicht haben nö kannst du behalten ich muss auch erstmal meinen punkt verteilen hier so was können wir denn noch nehmen überhaupt warte mal erhöht der schaden beim werfen bei feuerwaffen erhöht die chance auf kritischen treffer mit einhändigen waffen verbessert feuerwiderstand chance auf rückwurf alles klar alles klar wo sind wir denn jetzt die quest haupt quest dämonische wissenschaft hilft den wissenschaften ja das ist uns jetzt auch schon langsam bewusst ja ich will das ding nicht aufsammeln das ist liegen gelieb super und dir müssen wir jetzt nicht mehr helfen ok na gut dann eben nicht wenn er unsere hilfe nicht will wir wollen ja diese nicht aufzwingen richtig die kostet ja auch ein bisschen eben da beißt die mauskinn fahren ab sag ich mal ne oh mein gott mal so ein sprichwort hier rausknallen so ein slogan was müssen wir denn jetzt machen da ist noch ne mission da ist noch ne mission Alter jetzt ploppt hier grad voll viel auf Alter zwei missionen sind hier irgendwo also hier nicht ja super aber alle beide laufen erstmal dahin ich lauf hier mal rein wartet muss ja da sein hier ist wat ne da liegt nur cash achso hier im nebenraum alles klar 8500 ep alles klar das läuft ja mit dir nicht richtig wichtige materie oh oh war die typen auch schon vorher hier drin ne ne die waren hier vorher noch nicht drin verrottetes fleisch ich hatte was dabei wen soll man denn das geben oder ist das was ist das ok dann halt nicht in 40 metern ist irgendwie wat wat los hast du gesehen draußen irgendwie ja bei mir ist erstmal 98 meter aber könnte auch wieder ne andere quest sein ich weiss es nicht bei mir ist es ne rote flagge bei mir auch mal sehen werden wir ja sehen was hier abgeht ja genau auf alle Fälle gehts nach oben bei mir gehts nicht nach oben hä bei mir ist es im selben gebäude noch ich geh jetzt mal dahin wo bei mir das ist naja dann geh mal dahin oh nein Fettsack lass mich in ruhe ja ja auf dich habe ich jetzt überhaupt keinen bock lass mich zufrieden du arsch ja das ganze bei mir hier willst du denn so so eventually körper abgehakt hallo was soll denn das müsst ihr einfach die ganzen leute essen das kann doch ja ernst sein man was hast du denn was ist mal los eins gegen vier hier das ist los schnitts chemikalien schnipps schnaps ab da hat er mal einen kopf ihr habt der junge mann kann ich das wieder droppen wie droppe ich denn das achso äh ok jetzt hängt das einfach in der tür alles klar äh ich mach mal das tor hier auf chemikalien sollen wir hier soll es durch den typen bringen du bestimmt auch ne ne wie gesagt ich hab die andere mission auf check ich nicht das ist also getrennt ist ich bringe das jetzt einfach mal schauen was passiert ja mach mach kann doch nicht mal sprinten ne das ja voll kacke das blubbert voll weil ich diesen kanister in der hand habe ja ja das volle programm also nein würde ich nicht machen also nicht schütteln wobei noch ist nochmal also mal so bisschen durch die gegen schmeißen richtung aber man muss nicht dem 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 das sind nicht viel weiter weg bei mir es aber nebenan ja ich hab's gleich ich hab's gleich geschafft gleich ist es getan wir sind nah dran f ja hat er gesagt wir sind nah dran ja bauplan todes todes hier was todes jetzt heißt ich jetzt kann ich nicht mal lesen ok so schnell wenn du nicht lesen konntest falscher raum wie ich beim ersten mal bauplan todes pürscher was auch immer das ist todes pürscher keine ahnung keine ahnung für was das stört ist vielleicht vielleicht kannst du dich anpürschen und dann von hinten und so und ein bisschen so rabatz machen so von hinten naja naja du wirst schon so halt naja so hier und da so ein bisschen na jo jetzt das ist ne nebemisschen hab ich auch mal gesehen die du da verfolgst ist aber auch nicht weit weg dann los ist ums Eck ne 100 Meter ist nicht so folge dir einfach unauffällig die die